Willkommen zurück bei Life is Strange. Im letzten Part haben wir Kate wieder ein bisschen erlebt. Na, sie ist echt fertig. Und, naja, wir müssen uns ja noch mit Chloe treffen. Geduscht haben wir uns natürlich auch noch, aber leider haben wir da keine Details sehen können. Ah, Chloe schreibt schon. Ja, ich weiß, wir sind spät dran. Two whales, ja, ich sehe dich da, okay. Keine Emojis. Was hat die denn gegen Emojis? Hallo, Brooke. Na, wir sprechen jetzt mal nicht mit dir. Ich habe keinen Bock, die Idioten hier kennenzulernen. War es Warren, der steht? Vorhin? Okay, das ist der Hausmeister. Der macht wohl gerade eine Pause. Das ist doch, äh, Taylor hieß die. Mit ihrem Apple-iPhone. Ja, es ist Warren. Max, geh mal hier. Was können wir für dich tun? Warren, was machst du hier? Oh, nichts. Warten wir uns für einen Telefon? Ich meine, ich habe bereits den Telefon genommen. Insofern, ich wollte ein Rappen über die Aktion gestern. Ja, vielen Dank, dass du uns geholfen hast. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with a sad bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Das ist Chloe Price. An old friend. Chloe Price? We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rockstar. Which begs the question? Why is Nathan Prescott getting psycho on you? Das ist eine schwierige Sache. Ich würde dir empfehlen, dich da lieber rauszuhalten. Du hast schon genug abgekriegt. Ich will nicht, dass du dich involviert hast. Du hast mich da, aber leh, low. Nathan Prescott wird bald sein Karma bekommen. Wir hörten fucking weep. Wie das bizarro Schneefall gestern? Speaking of Dystopia, that driving is having a 70s Planet of the Apes Marathon. Let's go, ape! Ja und nein. Okay, jetzt will er uns endgültig das Date vorschlagen. Der Typ steht auf uns und wir haben keinen Freund, also... Kommen, ihr gehört zusammen. Wir tun ihm den Gefallen. Natürlich. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese alten Apes Filme. Wow, das war einfacher, als ich dachte. Cool, ich schreibe dir die Info. Ja. Das war eine Date-Verabredung. Eindeutig. Den Bus nehmen. So, fahren wir nach Arcadia Bay, um Chloe im Two Whales Diner zu treffen, das wir gestern kurz gesehen haben, beziehungsweise in dem einen Part, als, äh, am Ende von Episode One. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Ja, die müssen wir auch noch finden. Ah, so ein typisch amerikanischer gelber Schulbus. Die Dinger gibt's echt tatsächlich noch. Extra Blackwell Academy Transportation. Nein, mit dir. Oh, das hat ein Busfahrer für ein hässliches Haar. Ach, das war nicht der Busfahrer, das ist... Ach, das war Evan, den wir aus dem Gang da kennen. Der hatte doch so eine bescheuerte Frisur, oder? Mit diesem... Alles weg und so eine Farbe drin. Ja, mach wieder deine Schwuchtelmucke an. Ja, wohl so schlimm ist es nicht. Sie hat was Beruhigendes, aber es ist halt nicht mein Musikgeschmack. Ich höre so viel Metal, manchmal Punk und sowas. Ne, ich bevorzuge härtere, aggressive Musik. So ruhig ist es mir zu ruhig. Ich bin auch jemand, der nie mit Kopfhörern Musik unterwegs hört. Nie. Mach ich echt nicht. Ich hab die nur benutzt. Äh... Ach, das erzähl ich euch lieber nicht. Vielleicht ein andermal. Entspann dich, Max. Das Leben ist schön, auch mit deinen blauen Augen. Der, der mich kennt, weiß, dass ich blaue Augen mag. Genauso wie grüne Augen. Ah, im Hintergrund ist der Leuchtturm. Seht ihr das? Kommen wir jetzt heute auch mal an. Es dauert ja Ewigkeiten. Wir wollen doch nur mit Chloe was essen gehen. Wir wollen doch mal an. Sieht ganz so aus. Gehen wir doch einfach mal rein. Ah, Chloe schreibt uns. Spät ran, schnapp den Tisch im Diner. Ja, wir haben uns wahrlich ein bisschen verspätet. Würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal hin und warten, bis die gute Chloe hier auftaucht. Ja, ja, und ich werde meine Tochter auch Scheißhaus nennen, wenn ich in Deutschland eine Tochter haben sollte. Bedienung, einen Kaffee und was zu essen. Ja, sie ist. Lively, junge Frau. Wie geht's dir, Max? Hi, Joyce. Es ist schön zu sehen, Sie wiedersehen. Sieht die gleiche. Hm, wie ich noch eine Waitress auf zwei Whales, nach all diesen Jahren. Nein, wie du noch bist. Wie geht's dir? Du bist noch so smart. Aber nicht so smart. Jetzt hast du verletzt für ein Schmuck und Pot. Ich habe gehört, die ganze Sordid-Story von David. Ich bin sorry, das war wie du ihn hast. Er ist ein guter Mann. Ja, ich bin sicher. Ich habe gar nicht smoke, wie immer. Es war fast ein Verrückter. Es war sehr dumm. Entschuldigung. Es hat mich sehr gefreut. Ich warst, dass du eine gute Influencer in ihrer Leben warst. Ich werde. Ich werde. Ich weiß. Ich weiß, dass Dinge schwer für dich und Chloe waren. Ich fühle mich schlecht, dass ich nicht ringte. Jetzt meine Leute sind in Seattle und ich bin all alone in Blackwell. Das ist mein Karma. Du hast das richtig gemacht. Du hast mit deinem Leben gemacht. Ich habe, als William auf. Chloe... Chloe chose zu bleiben. Anyway, ich hoffe, dass wir mehr von dir sehen. Chloe braucht ein Freund wieder. Joyce, ich bin so sorry für William. Ich habe großartig von ihm. Ich bin glücklich, Max. Das war sein Gift für uns. Wundervolle Erinnerungen. Auch wenn Chloe noch nicht versteht. Chloe hat sich verändert. Aber ob sie es versteht, ne? Ich würde erst mal das Offensichtliche sagen. Chloe muss sich viel verändert haben. Oh, sie hat alle Phasen gefangen. Expulsion, weg, Drugs, Bad Boys, Tattoos, Piercings, blauen Haar. Jetzt hat sie einen Rebellen gegen ihren Stepfather. Ich sehe, warum. Ich meine... Hast du? Er ist nicht so schwer wie du denkst. David hat mir Angst gemacht, würde ich ganz offen sagen. David hat mich schraubt, als er sagte, dass er meine Schöpfung für diesen schlussenden Rebellen hätte. Ich verstehe. Ich verstehe, Joyce. Ich weiß, dass Chloe noch immer, Dinge aufzuhören möchte. Ja, sie hat Menschen verbreitet. Besonders David. Ich möchte uns bald eine Familie sein. Ich glaube, es geht um Zeit. Ich denke, du bist richtig, Joyce. Also, jetzt geht's auf das Nitty Gritty. Was willst du essen? Bacon-Omelette oder belgische Waffel? Ähm... Ja, deftig oder süß? Ich will eine belgische Waffel. Boah, hab ich da jetzt Bock drauf, ey. Die letzte gute Beldenwaffel, die ich hatte, war hier, als ich 13 Jahre alt war. Also, bringe es auf. Jetzt finisch deinen Kaffee. Und mit der Familie würde ich mir nicht so großen... ...dreh draus machen. Es kommt einfach oft vor, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass quasi Stiefeltern... ...nicht wirklich akzeptiert werden. Oh, Graffiti, was haben wir denn hier? Trinken wir Kaffee. Kaffee ist gut. Richtig schön schwarz. Ohne Milch, ohne Zucker. So wie ich. So wie ich. Kann ich ein bisschen Bier und Bacon, bevor ich sterbe? Das ist eine Dinah, nicht eine Bar. Keine Bier? Sieht, wie du viel hattest. Stich mit Bacon. Na los, trinken wir nochmal einen hier. Prost. Ey, der Einhard Maurer, Dekolleté. Pack deinen Arsch gefälligst woanders rein. Welcher Dive ist das? Ja. Gucken wir mal aus dem Fenster. Das Lichthaus sieht so mysteriös. Ich wünsche, dass ich in diesem Moment für immer bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt eigentlich kann. Aber dann würde es nicht ein Moment sein. Hier, du magst das. Ich schreie, wie ein Baby. Oh, lecker. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du eine Frau bist. Wenn ich auf Bilder von Chloe... Oh. Sprech der Dävel. Meine Worte. Hätte ich auch gesagt. Ja. Mom und Max, wieder einmal zusammen. Und Chloe, für eine freie Essen. Du hast dein ganzes Hochschule auf deinem Tab. Ich schreie Chloe für Frühstück. Du bist für heute Abend? Oh Gott, Mom. Bitte nicht Max für das. Sie entschuldigt. Ich weiß, dass sie hat. Max ist eine gute Frau. Eine Frau. Sie ist 18 Jahre alt. Zu alt, um dich von dir oder Sgt. Pepper zu bekommen. Anrufe ihn David, wenn du nicht lektiert bist. Du bekommst nur einen verdammten Schloss im Tag. Sie sind immer noch das gleiche. Ein anderer Grund, um diese Stadt zu schlafen. Was ist diese Scheiße auf der Jukbox? Jetzt, dass das aus dem Weg ist. Ja, schon besser. Lass uns über deine Super-Power sprechen. Ich habe keine Erklärung. Und ich kann nicht erklären, warum ich diesen verrückten Tornado gesehen habe. Komm schon, das ist so ein D-Dream. Ich will Proven, dass du Zeit langfristig wiederholst. Das alles passiert so schnell. Wir beginnen langsam. Hier, jetzt. Ich kann dir alles, was du in deinen Pocken hast. Du hast X-Ray-Vision, Mann? Ich weiß nicht, was in meinen Pocken ist. Lass mich mal sehen. So, das müssen wir uns jetzt merken. Bis aufs letzte Detail. Okay, Max. Impress mich. Pistole, Schlüssel, Kaugummi, ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich Schlüssel, ne? Deine Fahrzeuge. Duh, sehr einfach. Ich brauche Details. Deskribe meine Fahrzeuge. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hast du irgendwelche Kraft oder nicht? Okay, psychische Frau. Lass mich dir zeigen, was in meinen Pocken ist. Ja, das müssen wir erstmal alles gesehen haben. Dann drehen wir die Zeit zurück und dann können wir es erklären. Okay. Du kannst uns glauben. Sehen wir uns das mal an. Okay, Max. Studie alle Items carefully und nichts vergessen. Okay, der Schlüssel hat einen Pfann da dran. Sieben Zigaretten. Ach du Scheiße, wie viel Geld ist das denn? Äh, 5 Cent, 1 Cent, 2 sind 7. 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent. Das sind 6 Cent. 5 Cent sind 9. 4 Dollar ist ein Viertel Dollar. Äh, 3 Viertel Dollar sind 75. Plus 9 sind 84. Okay. Und einen Strafzettel. 10 Uhr 34. Datum so und so. Okay. So, jetzt müssen wir die Zeit zurückdrehen. Und zwar schnell. Ich hoffe, dass alles stimmt, was ich jetzt erfasst habe. So. Ähm. Ja. Warum müssen wir das so langsam? Okay, Max. Ich bin bereit. Kippen. Ich bin ziemlich sicher, dass du dir Zigaretten hast. Ja, du weißt, ich bin ein Schmacher. Aber wie viele Zigaretten? Aber wie viele Zigaretten? Sieben. 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 Sieben Zigaretten. Eine Super-Power, die dir die Zigaretten hat. Cool. Oh. Wahnsinn. Etwas anderes in meinen Händen? So, jetzt würde ich gerne das mit dem Geld überprüfen, weil wenn das falsch ist, kann ich den ganzen Kram nochmal machen. Ein bisschen Geld. Wahrscheinlich bin ich rich als F***. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe tatsächlich falsch gerechnet. 82 oder 86. Oh, scheiße. Äh. Shit. Das war dumm. Äh. Ein Tick mehr oder ein Tick weniger. Volles Risiko. 82 Cent. Ich wünsche. Okay, psychische Frau. Lass mich sehen, was du... Ich habe falsch gelegen. Dann waren es die 84. Gut. Sehen wir uns jetzt nochmal genau an mit dem Geld. Studie jedes Item carefully und nicht vergessen. Quarte Dollar. Quarte Dollar. Ja, sind... Ein Viertel Dollar sind 25 Cent. Das sind 75. Plus 5 Cent sind... Ah, ich habe den 5 Cent vergessen. Oh, ich Dummkopf. Ich habe es falsch gerechnet. Ja, in Mathe war ich schlecht. Und jetzt wisst ihr auch wieso. Sowas ist nicht meine Stärke. So, yeah. Ui, ja. So muss es zurück. Ui, ui, ja. So muss es zurück. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja. 86. Dein Strafzettel. Ey, leck mich doch. Doch, das war 10.34. 10.34 Uhr. Booyah! Max kann sagen, Zeit. Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Das weißt du nicht. So, dein Schlüssel. Deine Fahrzeuge. Duh, weit zu einfach. Ich brauche Details. Deskribe meine Kippe. Äh, Panda. Ein süßes Roboter-Panda-Kippe. Nicht schlecht, Supermax. Du hast ja auch den irischen Glück, Carlfield. Was noch? Natürlich noch deine Kippen. Ich bin ziemlich sicher, dass du dir Zigaretten hast. Ja, du weißt, ich bin ein Schmacher. Aber wie viele Zigaretten? Sieben. Sieben Zigaretten. Eine Super-Power, die dir Zigaretten hat. Cool. So, das stimmt jetzt aber alles. Meine Fresse, ey. Da habe ich ja wieder schön gefailt. Aber egal. Es ist doch kein Müll. Wie ist das Essen, Max? Wie der Wolf. Sicherlich. Ich freue mich, was gerade passiert ist. Du musst mir mehr zeigen. Etwas viel coolerer. Ich glaube, ich werde dir nicht glauben. Ich werde das Zukunft betrachten. Kein Weg. Noch so eine Aktion? Oh, ne. Jetzt, schau dir auf alles, was in den nächsten paar Momenten passiert ist. So, dass du dich mit deiner verrückten Kraft hast. Okay, die trägt Kaffee. Ui. Ui. Okay. Die Polizei fährt weg. Ein Streit. Gut gelöst. Und sie bringt dem Polizisten Kaffee. Zumindest sieht er wie ein Polizist aus. Okay. Das ist sicher besser als das andere Kaffee. Ich denke, unsere Jukebox ist für Davy Jones' Lacka. He 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 he. So, was hast du erwartet? So, jetzt müssen wir alles exakt wiedergeben. So. Entsprechend. Ich versuche, vier Events, die in den nächsten 30 Sekunden oder so passieren. Joyce lässt ihn herfallen, der Polizist lässt sein Gas fallen. Äh. Das war auch der Trucker, oder nicht? Oder Trevor? Wer ist dieser Trevor? Ja. Ja, das war der Trucker, oder? Der Polizist, äh. Ja, sein Partner fährt davon. Der Cop ist ja da geblieben, ne? Nur der andere ist weg. So. Okay. Justin und Trevor. Ah, Trevor ist der eine von da drüben. Äh. Und Joyce beendet ist, ne? Ja. Die Jukebox zieht durch, als eine Kakerlake drüber krabbelt. Das habe ich gesehen. So, ich hoffe, dass ich jetzt mit allem richtig war. So, das erste ist der Typ, der die Kasse fallen lässt. Das ist der Trucker, oder? Ja. Du hast einen anderen Karten verletzt? Oh, wirklich? Keine Reifel für dich. Ssh, jetzt muss ich das Telefonkarte nehmen. Hey, woher ist mein Partner? Du hast ihn gebetet. Aber er ist auf zu gehen, zu fahren, ein Skaters. Du bist ein Dich. Du schlägst mich, b****. Geh deine Karteilung nachher. Er hat es angefangen. Ich habe es. Trevor und Justin müssen in Liebe sein. Du hast die Karteilung auf dem Jukebox? Ich bin ein Dich. Ich bin ein Dich. Natürlich ist es ein Dich. Der beste Dich. Du kannst dich auf jemanden mit keinen Strings verhalten, Rewindt. Und BOOM! Es ist wie es nie passiert. Interessante E.T. Du musst einen Dich. Du musst einen Dich. Du musst einen Dich. Okay, Frau Wanderer. Show mir die, wie Chloe ist. Die Waffe ist noch nicht fertig gegessen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jo. Ich beende hier den Part wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und gucken, was Chloe mit uns vorhat. Bis dahin. Ciao! Ciao! Ciao!